Hi Leute und herzlich willkommen zu WolfCraft und Flo Das ist ja mit dabei Und ich war immer noch im Haus weiter Ist die Turtle eigentlich immer noch hier? Ja Die Turtle hab ich schon abgebaut Die ist tot Get down Ich guck mal wie es meiner Turtle geht Die laufen gut Hier ist noch Quitsch runter unterwegs Na dann hast du alles richtig gemacht Auch wenn es cool wäre, wenn ich einfach schneller arbeiten würde Ja, wir können das so machen Wir machen zu Special-Folge von 100 Folgen Machen wir eine Special-Folge, die 3 Stunden dann geht Oh ne, bloß nicht Ich würde bei mir so scheiß lange rendern, ey Oh, ich lade hier einen Cut hoch Dann wäre ein Computer, der stundenlang beschäftigt Ja, ist ja sowieso Ob ich jetzt diese 500 Folgen, die wir jetzt gerade aufnehmen Render oder eine 3 Stunden Video Na dann muss ich nebenbei noch andere Videos rendern, ne? Scheiße Wenn du was sagen, dann bist du ziemlich gearscht Aber du hast dich einfach so gemacht, dass du Dass du Hier Was schon Ganz viel fortforsiziert hast, aber du bereit bist, um ganz viel zu rendern Das wäre eine Idee Ja, das stimmt Wer soll... Aber ich will ja jetzt nicht meinen PC jeden Tag und Nacht anlassen Weil ich jetzt zum Beispiel jetzt 500 Folgen aufnehmen würde Am ein Stück und dann noch die ganze Zeit durchrendern Boah 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 Ist das letztendlich Das würde zu lange dauern mit rendern Das heißt ein PC mit richtig viel Also so ein richtiger Render-PC Braucht da mindestens vier oder fünf Tage durchgehen rendern Und ich renderte sogar noch in 4K-Qualität Aber ich bin dankbar, ne? Ja, YouTube rendert automatisch runter bei mir Auf 720p, also Kann passieren Kann passieren Dann Ähm Hier packe ich die Sachen rein Vielleicht jetzt schon Muss weiter hochziehen Ich brauche Glowstone Da fällt mir hin, ich habe einen Diamant Wow Du hast einen Diamant Ich kann das machen Wow Ich habe drei Diamanten Schön, ich habe einen Diamant und wir recht gerade Das war schön Da gibt es aber job Ihr gedacht Na In wie Oh, das wird Spaß machen, heil. Das wird Spaß machen. Ach, zum Glück muss ich nix rauscutten. Was ist? Zum Glück muss ich nix rauscutten. Ja. Wir haben ja keine Biffen Wörter gesagt, hoffentlich. Und doch, schreibt's, dann kommt da raus. Denn Karte ist vielleicht später raus. Oder auch nicht. So weit, das wird er eintreffen. Ich mach's erstmal so zu. Und später weiß ich das aus. So. Jetzt brauch ich hier eigentlich Klos nur drinnen. Weiß ich nicht. So, dann packe ich den Reaktor. So ein 3x3 Reaktor würde jedem passen. Der komplett nach oben, komplett nach unten geht. Oh, wird's interessant dann. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich hab keine Kohle mehr. Oh, scheiße. Ich hab's auch nicht. Ich muss jetzt kurz kurz rennen. Das heißt, ich muss wieder eine Runde farmen. Das kann man eine Nuke bauen, ich hab keine Sachen gebannt hier. So, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Ja okay, bisschen Cola hab ich noch. Aber nicht mehr sehr viel. Ich kann noch ein paar Fackeln machen. Wow. Ich bin stolz auf mich. So. Ja. Ich bräuchte Strom, das heißt ich bräuchte einen Generator. Das ist kein Problem, du musst dafür bauen können. Ja, ich überleg grad wie ich's mache. Mach scheiß jetzt nicht in den Nether. Ich glaub ich mach das jetzt so. Ich mach ne Baumfarm, der einen Generator antreibt, der die Baumfarm und noch paar Maschinen antreibt. Die alles automatisiert wird, die automatisch Holzkohle macht. Und Holzkohle wird automatisch zu Überfluss produziert. Ich verstehe worauf du hinaus willst. Ich verstehe worauf du hinaus willst. Ein automatische Kohlefarm. Holzkohlefarm. Wir brauchen, ich muss in den Nether verdammte Scheiße. Ne, komm. Ich brauch Closedown. Quarz. Quarz brauchen wir auch, ja. WME-System. Ja, ich hab grad hier E-Advance Prozessor fertig gemacht. Jetzt geht mir aber Quarz. WM-System. WM-System. Ja, ne, ich brauch jetzt mal, ich muss erstmal Strom machen, bevor ich irgendwann anfange damit. WM-System. Jetzt muss ich überlegen, ich brauche Rubberwood. Erstmal brauch ich Rubberwood. Ne, warte jetzt. WM-System. WM-System. Generator. Schaufel, Fackeln. WM-System. Dann mach ich noch eine zweite davon. So, dann mach ich da. Säger. Dann mach ich mal ein bisschen accessСпfulness. Komm auch noch ein bisschen Krischer. Geh mal wieder strafen. Ich kann nicht. Dann geh irgendwie. Ja, komm jetzt mit dir. WM-System. Ja. k schnell zu schlafen kom 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 dat wird knapp ich verstehe mir so viel um skelette der spiel zweieinhalb herzen noch r obwohl ich komplett ausgelöst habe und er kommen noch mehr fiescher bekommen man kommt alles zu floh und ich bin 3 komm mit ab 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 noch ein zahlen nicht unbedingt. Dafür hast du ja nicht viel nach Hause. Oh! Jawoll! Oh, wow, wow, wow. Dennoch habe ich die Enderperle. Hast du es jetzt schon mehr geschafft? Vielleicht war knapp. Ich brauche Essen. Wo kommen denn die hessischen Viecher alle her? Genau, fallen. Es sind zwei Küper, die mir einsacken. Probier dich mal bei mir in den Bett zu legen. Ich habe nichts mehr zu essen. Nein, probier es. Nur noch ein Herz, ja? Ja, dann machen wir dich down. Ja, ja, ich hoffe es. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Ich sollte das Bett reinigen. Ich wollte mal den Ender-Männer nicht. Ich schlag ihn. Zu gefährlich. Mal, ich kriege diesen scheiß missgebundenen Skeletten hier weg. Der kam halt unter dem Dach rum. Ja, ja. Komm her, du Arsch. Der versteckt sich nicht an Haus. Ich kann nicht schlagen, weil ich nur ein Herz habe. Ich habe keinen Bock zu sterben. Auf euch, es würde niemanden jucken. Komm. Komm. Was machst du da? Kommst du grad um? Nee, meine Kratze, um einfach nur runter zu dürfen. Oh ja, als ob da jetzt ein scheiß missgeboten Zombie kommt. Oh ja. Du, die drin dürften keine Viecher spawnen mehr. Alles ausgeleuchtet. Ich brauche ein Dach, ey. Ich brauche schon mal zu essen. Wie geht denn das? Hm. Ähm. Ähm. 19 weiß man halt noch. Immerhin. Ich bin jetzt zum Kotzen. Ach, wenn die Sonne mit dir stirbt. Ja, gleich. Mal schauen. Wie gesagt, das fährt noch mal gleich eine Runde. Hm. Ah, das war die letzte Folge für heute. Hm. Vielleicht. Mal gucken. und so leute wann es euch gefallen hat lasst doch noch um da es war eine relativ lange aufnahme session wir haben glaube ich um 14 angefangen haben jetzt ja gleich 17 uhr alter stund geht dann noch wie gesagt was euch gefallen hat lasst doch noch um da adee adee